Sie haben überhaupt keine Ahnung. Ich versuche hier die Verantwortung zu tragen und ich habe ein bisschen mehr im Auge zu behalten als nur Ihre Provision. Aber das ist Ihnen ja egal. Hauptsache ich spucke hier rechtzeitig die Prämien aus. Ist es vielleicht nicht bescheuert, wenn Sie mich drei Wochen warten lassen, so eine Tussi wie Sie? Herr Peters, halten Sie sich an die Spielregeln. Keine Beleidigungen. Er hält sich doch nie an irgendetwas. Weil ich mit dieser Kuh nicht arbeiten kann. Das führt doch zu nichts. Halten Sie sich an die Regeln. Ich pfeife drauf. Ich bin der beste Verkäufer in diesem Laden. Ich habe den psychologischen Firlefanz nicht nötig. Ihre Umsatzzahlen sind rückläufig. Weil diese Kuh im Ehendienst mit der Ware nicht rechtzeitig rauskommt. Haben Sie eigentlich die Schuld schon mal bei sich gesucht, statt immer nur außen? Ich bin auch so eine frustrierte Emanze wie die hier. Herr Peters, denken Sie, wir könnten nochmal von vorne anfangen? Jeder darf ausreden, hört dem anderen aufmerksam zu. Beleidigungen sind tabu. Diese Tante ist total inkompetent. Die ist nicht imstande, den Lieferschein korrekt auszufüllen. Und wenn man ihr das sagt, dann heult sie bloß. Vielleicht hat sie einfach keine Lust, ihren Lieferschein auszufüllen. Dassel sechs nicht gut für die Hölle. Nein. Dann sind wir so eine Grafik. Nein. Das stimmt. Aber wenn wir uns auf die Hölle. Junge, du bist schon da. Ich wusste ja gar nicht, dass Professor Wollenberg dich schon entlassen hat. Ja, ist ja auch nur für zwei Nächte. Wie, nur für zwei Nächte? Ja, Papa, kommst du mal? Ja, und ich fahre morgen zu Tante Amelie, die hat Geburtstag. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das doch alles ganz anders geplant. Warum sagt mir nie einer Bescheid? Jetzt mach doch nicht so ein Theater, Helga. Wir kommen doch ohne dich zurecht, stimmt's? Ja. Papa. Komm, mein Schatz, hm? Wir gehen mal raus. Du weißt ja, wenn deine Mutter sich was vorgenommen hat, kann nichts und niemand sie aufhalten. Pass auf, ich... Ich... Schön, dass du gleich zu uns gekommen bist. Ich bin nicht gleich zu euch gekommen. Ich war in Hamburg. Bei deinem Anwalt. Worauf willst du hinaus? Er hat mir erzählt, was du vorhast. Er hat mir alles erzählt. Du bist erwachsen. Warum lebst du nicht endlich dein Leben? Hat doch für alles gesorgt. Ja. Du willst mich nicht verstehen. Doch, ich verstehe dich, Herr. Aber es wäre schön, wenn du mich auch verstehen würdest. Aber weiß Professor Wollenberg, dass du hier bist? Hallo, Mama. Hallo. Mein Seminar heute war die absolute Katastrophe. Der Kerl hat überhaupt nichts begriffen. Ich überlege, ob ich die Frau nochmal anrufen soll. Du hast ein Helfer-Syndrom, vergiss es. Schade, dass du nicht bis März gewartet hast mit deinem Urlaub. Dann hätte ich auch frei gehabt. Da fangen die neuen Seminare an. Der Dezember lief so schlecht, da konnte ich der Gruppe nicht mehr absagen. Braucht ein bisschen Zeit für mich. Ich muss ein paar Dinge klären. Irgendwie geht es bei mir nicht weiter. Warum fährst du nicht mal woanders hin, wo es wärmer ist? Immer nur diese öde Insel. Mensch, sei doch froh, dass du da weg bist. Da hast du doch schon als Kind gelitten. Kommst du ohne mich zurecht? Muss ich doch immer. Hast du schon gegessen, Mark? Was soll ich dir machen? Nichts. Was soll ich dir machen? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Boah, stinkst du nach Fisch. Zieh dich mal um nach der Arbeit. Boah, du stinkst nach Fisch, ey. Du kleiner Kopfwichser. Du hältst doch für was Besseres. Da. Da, stich mal. Ey, lass ihn los, Alex. Ey, lass ihn, Alex. Verschwendet. Mach das draußen raus. Salz, Maul. Raus, hier. Nia. Alles klar bei dir? Na, auf. Na los, kommt mit. Die Zeche kann da lange warten. Na los, Reini, komm schon. Los, lass uns das zu saufen holen. Was wollen wir denn hier? Lass mal abhauen, oder? Was würdet ihr sagen, wenn Luisa ein Verhältnis hat? Wieso nicht? Sieht doch noch ganz gut aus für ihr, Alter. Ich hab's letztes Jahr mal bei ihr probiert. Bei Klaasen's Hochzeit. Da hat euer Vater aber mehr Glück. Was jetzt mit dem Geld? Wenn du mir die Kohle nicht bald gibst, zeig mich mein Chef bei meinem Alten an. Am Monat, dann merkt der doch, dass ich die Kohle für den Lachs eingesteckt hab. Ja, ja, ja. Scheiße. Komm, lass mal gehen. Halt's Maul, Reini. Setz dich da hin. Kapierst du nicht, Marc? Ich brauch die Kohle, sonst bin ich dran. Komm, trink. Alex, komm. Hör auf zu heulen, Reini. Trink lieber einen Schluck, das tut dir gut. Kräftig, ja. Ganz tief, ganz tief. Hast du noch ein paar von den Glücksbringern? Die schrecklichsten Dinge sind oft die schönsten. Also für euren Vater war es sicher schön, Luisa zu bumsen, wenn es nur eure Mutter schwanger war. Was haltet ihr davon, absolut frei zu sein? Was tun, was ihr noch nie getan habt? Ja, ich will endlich abhauen von hier. Wo ich stinke wie so ein alter Fischkopf. So wie unser Alter. Du verstehst mich nicht. Ich meine, die totale Aufgabe der Kontrolle über dich selbst. Was springt für uns dabei raus? So viel hast du noch nie gesehen. Mehr als dein Alter jemals nach Haus gebracht hat. Ich meine, die totale Aufgabe der Kontrolle über dich ist. Kommt deine Tochter auf, Frau Doktor? Kai studiert seit letztem Sommer. Ich bin alleine hier. Ganz alleine? Viel zum Lesen dabei. Jeder kriegt hier eine Depression um die Jahreszeit. Sogar ich. Ja, ja. Wir können gerne mal darüber reden. Alles? 154. Soll ich's anschreiben? Wenn ich was brauche, kann ich dich anrufen. Dir würde ich sogar vorbeibringen. Rufst du mir ein Taxi? Wenn der Klaasen das Telefon hört um die Jahreszeit, wird mich das wundern. Tag, Luisa. Tag, Robert. Komm, ich fahr dich nach Hause. Luisa, das mit Klaasen, das wird nix. Wenn Klaasen das Telefon gehört hätte, wird mich das wundern. Oh, aber... Luisa, es ist ein Fußgänger. Das ist ein Fußgänger. Also, bis dann. Ich kann doch mit reinkommen, wenn du willst. Ist wohl nicht viel los in dieser Jahreszeit bei euch auf dem Revier. Nee, ist ziemlich ruhig. Tschüss. Ist bei dir im Haus alles in Ordnung? Ja, es ist alles in Ordnung. Danke. Wir sehen uns. Robert, bei mir wurde er eingebrochen. Ja, habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Moment mal, Robert. Vergiss es. Ich habe mich getäuscht. Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Ist schon gut so. Danke. 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 Das war's für heute. Kiwi! Wo bist du mein Liebling? Kiwi, komm! Komm, Kiwi! Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Komm, Kiwi! Kiwi! Willkommen! Kiwi, komm! Kiwi! Helga, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Der muss runtergestürzt sein. Die Treppe ist so glatt. Komm, Rudi, schön aus. Versuch uns ein bisschen zu schlafen. Wir kümmern uns um den Arm, Kiwi. Wir vergraben ihn. Der Boden ist gefroren. Aber hier kann er nicht bleiben. Wir gehen zu ihm. Was? Ja. Haben Sie eine Plastiktüte, eine große? Ja. Du bist jetzt jeden Tag beim Sport. Kann sie nicht einmal zu Hause bleiben? Warum rufst du sie mich an? Wir könnten was zusammen machen. Alle. Riecht dir keine ab, Robert. Ich mach, was ich will. Ihr braucht mir nichts übrig lassen. Tschüss. Du weißt genau, was sie meint. Halt die Klappe. Ruhe sanft. Sobald es draußen taut, muss unter die Erde. Entschuldige. Entschuldige. Wer ist denn da? Oh, entschuldigen Sie, ich da... Was? Nein, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie dazu fähig wäre. Ja, da habe ich mich offensichtlich getäuscht. Aber ich hatte einfach nicht den Eindruck, da... Gut. Ja, vielen Dank, dass Sie mich benachrichtigt haben. Wiederhören. Soll ich uns Tee machen? Nein, es tut mir leid, aber... Ich glaube, ich will jetzt lieber alleine sein. Nein, das willst du nicht wirklich. Darf ich nur sagen, wie früher? Eine Klientin von mir hat einen Selbstmordversuch gemacht. Sie wird überleben, aber... Ich habe Ihre Situation falsch eingeschätzt. Kannst du einen Menschen immer ganz genau einschätzen? Als Psychologin sollte ich es zumindest versuchen. Sie hatte Ärger mit einem Kollegen vom Außendienst, da hat sie schlecht behandelt. Und sie konnte sich offensichtlich nicht wehren. Ich bin überarbeitet. Und allein. Du kennst dich gut aus bei mir. Bei so einer engen Nachbarschaft bleibt wahrscheinlich gar nichts verborgen, was? Robert, bist du's? Rita, ich bin's. Warte, geh nach oben! Sie sind tot! Beide! Was ist los, Marc? Was ist passiert? Wer ist tot? Wer ist tot? Frau Doktor, bitte bleiben Sie draußen. Wegen der Spuren. Bleib draußen, Luisa, bitte. Die Kollegen aus Hamburg müssen jeden Moment da sein. Mir wird gleich übel hier. Moment, der... Der Junge hat sie gefunden. Moment. Er hat ihn nicht Selbstwahrung angerufen. In diesem Haus steht mindestens in jedem Zimmer ein Apparat. Vielleicht haben sie noch gelebt, als er sie gefunden hat. Hat er was gesagt? Lass ihm doch Zeit. So ein Schlachtfest gab's auf der ganzen Insel noch nicht. Ja. Da denkst du, ich hab's auch schon mal gesehen. Es tut mir leid für deinen Urlaub. Ich komm nachher zu dir rüber. Ich muss dich vernehmen, du bist ja vielleicht eine Zeugin. Wir suchen uns direkt daneben, hast du was gehört? Lass mich zu dir kommen, Luisa. Bitte. Es tut mir leid, Mark. Sehr leid. Das darfst du mir glauben. Kommst du mit zu uns nach Hause? Ich schlafe bei Luisa. Ich schlafe bei Luisa. Morgen früh, auf dem Revier. Gut, dass die auch schon da sind. Gut, dass die auch schon da sind. Ich schlafe bei Luisa. Ich schlafe bei Luisa. Willst du bis zum Schlafen? Soll ich einen Arzt holen? Hast du noch Whisky? Wie geht's denn, Kai? Gut. Sie studiert Kunstgeschichte. Zwei Frauen ganz allein. Muss ziemlich schwer sein für Kai so. Ohne Vater. Nur mit dir. Wollen wir nicht über dich reden? Vielleicht hat sie ihn ja doch vermisst. Marc, ich... Ich verstehe natürlich, dass du durcheinander bist, aber das geht dich einfach nichts an. Wenn du willst, dann... können wir über deine Eltern reden. Na ja. Hab ich fast vergessen. Die Psychologin. Vielleicht hätte auch Kai nie verwunden, dass dein Mann sich nicht mehr um sie gesorgt hat, nachdem er dich verlassen hat. Oder... vielleicht hast du sie auch falsch eingeschätzt. So wie deine Patientin neulich. Es tut mir so leid mit deinen Eltern. Ich richte dir alles her. Du kannst auf dem Sofa schlafen. Du kannst auf dem Sofa schlafen. Ich bin Kommissar Hutter aus Hamburg. Mein Kollege Engelke. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Wo waren Sie gestern Abend? Ich hab Billard gespielt mit Alex und Reini. Meine Söhne. Wo und wie lange? In der alten Mühle. Mein Vater hat mir nie gekauft. Also... hatte mir sie gekauft. So ungefähr bis um elf oder um halb zwölf. Genau. Halb zwölf. Alex und Reini sind dann abgehauen und... Ich bin noch ein bisschen rumgefahren. Vielleicht eine Stunde. Ich kann nicht richtig schlafen. Was für ein Verhältnis hatten sie zu ihren Eltern? Ein schlechtes. Mir gehört das Haus neben der Villa. Ja, äh Doktor Luisa Büchner. Luisa Büchner gehört das Haus daneben. Ihr Elternhaus. Was war eigentlich mit dem Einbruch bei dir als du weg warst? Nichts. Wir schicken die Spurensicherung, wenn wir in der Villa fertig sind. Vielleicht waren es ja dieselben. Ich hab schon alles geputzt und aufgehauen. Heute Abend kontrollieren wir alle Autos. Ich hab schon mitbekommen, dass du nicht gut auf mich zu sprechen bist. Was ist los? Ich will nicht mehr. Warum verstehst du das nicht? Ich weiß, wir sind so unterschiedlich. Das sagst du jedes Jahr. Aber diesmal meine ich es auch so. Für dich ist das alles total selbstverständlich. Ich komme einmal im Jahr hierher und alles ist beim Alten. Es ist immer das Gleiche. Soll ich mich von meiner Frau trennen? Nicht wegen mir. Ich liebe dich Luisa. Das ist bloß. Du müsstest ja damals eine andere heiraten. Und das ist auch gut so. Was ist der drüben, das zur Nacht passiert? War jemand in deinem Haus oder nicht? Marc mit deinen Söhnen. Sie haben bloß meinen Whisky ausgetrunken. Er scheint sich im Raubmord zu handeln. Höcker Stettner war schon im Bett. Ich weiß. Ich hatte ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Ihr Hund ist verunglückt. Richard Stettner hat gelesen, als sie kamen. Die Einbrücher wussten, dass jemand im Haus ist. Das hat sie aber nicht gestört. Richard war Vorstand in einer großen Hamburger Bank. Das Geld zu vermuten. Luisa. Warum dieses Jahr? Lass uns nächstes Jahr damit aufhören. Mit uns. Oder gar nicht. Wirst du bescheuert? Du musst vielleicht nerven. Was willst du hier? Du stinkst nach Fisch. Ihr habt doch gleich Mittag. Wir treffen uns bei mir zu Hause. Ich geh da nicht noch mal hin. Wart deinem Bruder Bescheid. Wir sind soweit. Sie können wieder rein. Ich würde allerdings warten, bis morgen jemand von der Reinigungshilmer kommt. Wiedersehen. Guten Tag, Professor Wollenberg, Psychiatrische Klinik. Ich bin auf der Suche nach Marc. Marc, wenn du da bist, melde dich bitte. Schon vergessen, wir hatten eine Vereinbarung getroffen. Komm wieder zu deinen Stunden. Es ist wirklich wichtig für dich, dass wir weitermachen. Tschüss. Marc? Ich kümmere mich darum, dass das jemand weg macht. Alex und Reini helfen mir. Es kann sein, dass man dich verdächtigt. Warum? Weil meine Eltern Geborgenheit mit Geld gleichgesetzt haben? Weil ich immer alles bekommen habe, was ich wollte? Warum sollen die mich verdächtigen? Ich meine, ich habe ein eigenes Konto, da ist so viel Geld drauf, das... Das kann ich in zehn Jahren nicht ausgeben und... Ich muss mich ums Grab kümmern und Särge und Gestecke, Kerzen. Aber du hast sie nicht gehasst. Ist dir sicher, Frau Psychologin? Kommt rein! Ich habe Luisa gesagt, dass sie mir helfen wollte hier bei der Sauerei. Was soll denn das? Ich hole schon mal Eimer und Lappen. Gummihandschuhe müssten eigentlich auch da sein. Danke. Ich helfe euch! Ihr könnt sie doch nicht allein putzen lassen! Ich will das wissen. Das kannst du mir doch nicht machen! Was habt ihr gemacht? So war das nicht geplant, so nicht! Ich halte es nicht durch. Ihr habt sie abgeschlachtet. Ja, aber du hast doch gesagt... Ich habe meine Maske verloren. Dein Vater hat mich erkannt. Du bist ein Versager, ein totaler Versager bist du! Lass ihn in Ruhe! Der hält das nicht durch. Ihr habt das eben nicht drauf. Und du reißt dich zusammen! Ruf mich dringend an, ich muss dich sprechen. Stör ich? Nein, du stößt nicht. Du wolltest doch wissen, was drüben los war gestern Nacht. Ich weiß nicht. Das muss jemand von hier gewesen sein. Kein Fremder hat heute die Insel verlassen. In dem Scheißwetter sind keine Touristen hier. Außer mir. Und ich höre auch am besten da wieder ab. Marc hat eine Liste vorbeigebracht, was alles fehlt. Videorekorder, Videokamera, Schmuck. Und 5.000 Mark. Wahrscheinlich mehr. Marc und deine Jungs sind befreundet, das wusste ich gar nicht. Noch nicht lange, vielleicht ein Jahr. Luisa. Warum lässt du uns nicht das machen, was wir immer gemacht haben? Ist das besser, du gehst jetzt. Dann lass mich wenigstens ein bisschen bei dir sitzen. Das hat mich ganz schön mitgenommen. Marc hat an dem Abendpillard mit Alex und Rainer gespielt, das stimmt. Und danach ist er rumgefahren. Das ist nicht gerade ein Alibi. Aber es sieht auch nicht gerade nach keinem aus. Ja, das stimmt nicht mit dem Jungen. Was meinst du? Weil ich gefällt mir einfach nicht, dass er mit meinen Jungs befreundet ist. Hast du die Kohle? Ah ja, auf. Komm, spiel mit. Sag mal, spinnst du oder was? Gib mir noch Zeit mit dem Geld. Die hab ich aber nicht! Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Du hast wohl nicht gehört, was ich gesagt habe? Lass uns in Ruhe sprechen. Fahr schon mal nach außen. Los. Abend, würden Sie bitte aussteigen? Fahrzeugpapiere, Führerschein bitte. Ja, ist schon okay. Ich bring dir den Arsch schon raus, Raini. Reine Routine, Junge. Sie sind ja betrunken. Das ist er nicht. Das ist Raini, der Sohn von meinem Kollegen. Herr Kommissar? Was soll das hier werden? Wegen dem Gemetzel, wenn er in den Städten hat. Was ist das? Geschenk für deinen Alten? Das gehört mir nicht. Wem dann? Los, hinterher! Raini! Was soll denn das? Stehen dann! Hans, was ist denn los? Raini! Ist er besoffen? Oder auf Drogen, oder was? Auf ihn nach! Das weiß ich auch selber! Ich weiß ja, dass es mit uns keine Zukunft hat. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich hätte es einfach richtig anpacken sollen. Ich hätte damals mit dir weggehen sollen von der Insel. Stattdessen hast du geheiratet. Du wärst doch nie bei mir geblieben, oder? Du bist gerade mal ein paar Wochen weg von ihr. Dann hast du schon deinen Mann kennengelernt. Und dann hast du gleich Kai bekommen. Das war doch das Beste, so, oder? Du weißt immer, was am besten für alle ist. Bloß bei mir, da täuschte dich. Das ist das Beste für mich. Ja, das ist aufhören. Wann machen wir nicht, dass wir es für immer gemacht haben? Seitdem der Mann dich verlassen hat, kommst du jedes Jahr hierher. Und jedes Jahr fängt es wieder von vorne an. Alles wäre anders gekommen, wenn du nicht weggegangen wärst. Lass ihn aus, du Schwein! Markus, ist alles gut! Ah ja? So lass aber nicht aus. Du hast keine Ahnung, wo nach es aussah. Robert, lass ihn. Lass ihn in Ruhe. Du gehst jetzt besser nach Hause. Und du auch. Hast du mein Bettzeug noch? Ich schlaf hier auf der Couch. Ich schlaf bei dir, ja? Okay. Frühstück. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Woher weißt du eigentlich immer, was gut für dich oder für andere ist? Jeder Mensch braucht einen Menschen, der in seiner Seele sehen kann. Und das, was er sieht, liebt. Das Gefühl aus deiner Kindheit, du bist jetzt erwachsen. Und da ist nicht immer jemand für dich da. Mag, bitte. Spürst du meine Seele? Es ist doch halber. Mach die Augen zu. Was siehst du jetzt? Was siehst du jetzt? Viel zu teuer für die Jahreszeit. Grausam, was da passiert ist. Dieser Steckner hat ja die ganze Insel mit Krediten versorgt. Glaubst du, es gab Probleme mit jemandem? Moin. Moin. Was Neues? Von dem Massaker? Wenn ich es dir sagen würde, könnte ich es gleich ins Internet tun. Der von Doris. Alex oder Rainer holt die Sachen ab. Doris mal wieder krank? Sport ist Mord. Es tut mir leid, wegen gestern Abend. Ehrlich. Der Whisky steht jetzt ganz oben, wegen der Kinder. Das muss jemand von der Insel gewesen sein. Die Kommissarin Samburg denkt an einen Ritualmord. Mag, denkst du? Wenn du glaubst, es ist wegen des Erbes, dann liegst du falsch. Er hat selbst mehr als genug. Wie sieht es mit Drogen aus, hier auf der Insel? Liegt dir was da nicht mehr um? Eifersüchtig. Wie bin ich immer, wenn es mir gut geht? In meiner Kindheit gab sie noch sowas wie ein Vogelbart. Da war ich oft auf seiner Hütte, aber... Wie immer hat er die Insel ja auch nicht zu bieten. Als Kind dachte ich immer, eine Insel ist da, um jemanden zu isolieren vom Rest der Welt. Eine Insel ist ein Ort, an dem man nur mit sich selber glücklich sein kann. Aber das war ich nicht und als Kind schon gar nicht. Deshalb wollte ich auch immer weg hier. Jetzt treffen sich deine Liebespaare. Hast du das früher auch gemacht? Woher haben Sie den Film? Gestern Nacht war er in der Verkehrskontrolle gefunden. Zusammen mit der gestohlenen Kamera und dem Rekorder. Jemand von hier? Hat ihm der Kollege noch nichts gesagt? Ich war einkaufen. Oh, was ein Nettes, guck mal da! Haben wir alles bei ihrem Sohn Reini hinten im Wagen gefunden. Warum machst du nichts dagegen? Das kann doch jeder ins Auto gelegt haben. Mach dir keine Sorgen, Reini. Der Papa macht das schon. Hast du gehört? Du machst das doch, oder? Kannst du dir eigentlich vorstellen, was da neulich nach bei deinen Eltern passiert ist? Ja, das kann ich. Die Gotten bestimmt nicht mal betteln um ihr Leben. Sie haben es wahrscheinlich gar nicht fassen können, was da mit ihnen passiert. Das klingt ja, als ob du dabei warst. Für sie gab es das Böse nicht. Sie hatten keine Chance, das zu erkennen. Die sind gestorben, wie sie gelebt haben. In Unwissenheit. Wenn der Hut nicht verunglückt wäre, wäre meine Mutter noch am Leben. Weißt du eigentlich, dass man bei der Jahreszeit nicht länger als drei Minuten im Wasser überleben kann? Mark! 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 Mach auf, Mark! Pass auf, Mark! Oh! Huh? Huh? Warum hast du das gemacht? Ich glaube ich werde jetzt erregt, ich kann nichts dafür, das passiert einfach. Ich will gehen, bitte, bitte nicht. Kennst du den Griff der Einsamkeit, der sich wie eine Faust in deine Kehle legt? Ich ersticke, wenn du mich allein lässt. Du bist kaum älter als Kai. Was haben deine Eltern mit dir gemacht? Sie hat mich geliebt, so gut sie es kunden. Hast du sie umgebaut? Ich liebe dich, Luisa. Wie oft hast du es schon versucht? Dreimal. Das letzte Mal war vor einem Monat. Ich bin so der Typ selbst, der alles so genau plant, dass man ihn garantiert retten wird, sagt mein Therapeut. Du hast deine Eltern geliebt. Sie waren da, aber auch nicht. Ich war sehr früh selbstständig, also so nannten sie das. Und das war sehr wichtig für sie. Warum bist du zurückgekommen? Warum? Warum kehrt man immer wieder zurück an den Ort, den man eigentlich hasst? Wie ein Gefängnis. Der Verlust dieses Gefängnisses macht einem Angst. Von drinnen geht nichts nach draußen, von draußen nichts nach drinnen. Das ist auch eine Art von Sicherheit. Ja. Dann muss man also irgendwann gewaltsam aus diesem Gefängnis ausbrechen. Ich bin ein Selbstmörder. Und dazu noch ein ganz, ganz feiger, sagt mein Therapeut. Ich bin kein Mörder. Absolute Kontrolle. Alles bestimmen, alles kontrollieren. Es ist das, was du willst. Ich bin kein Mörder. Kai? Kai? Was machst du nicht hier? Geh bitte sofort aus meinem Bett. Kai, ich muss mit dir reden. Hättest du nicht vorher anrufen können? Das hier ist meine Wohnung und ich kann kommen und gehen, wann ich will. Sag mal, was soll denn das? Wir müssen reden. Wir müssen reden. Über deinen Vater. Ich will jetzt aber nicht reden. Ich will dir aber was sagen. Wir hatten ausgemacht, dass ich die nächsten vier Wochen hier alleine bin. Wieso hältst du dich nicht daran? Wieso bestimmst du immer die Regeln? Kai, Kai, es tut mir leid, aber ich... Ich will jetzt nicht. Verstehst du es nicht? Ich habe Besuch. Okay. Lass uns telefonieren, ja? Wo warst du? Weißt du, was los ist? Wo ist das Problem? Sie konnten Reini nichts anhängen. Dieser blöde Schloss in seinem Auto ist kaputt. Da kann jeder was eingelegt haben. Das kann nicht jeder gewesen sein. Weil außer dir niemand was wusste. Du bist doch danach ins Haus zurück und hast die Schränke durchwühlt. Du willst einen Raubmord vortäuschen und hast uns die Sachen untergejubelt. Du warst das! Meinst du, ja? Wenn du uns reinlegst, bist du auch dran. Das ist dir doch klar. Warum sollte ich das tun? Hier. Kleine Anzahlung. Anzahlung? Du tickst wohl nicht richtig. Ich kann nicht so viel abheben. Dann fällt es auf. Und jetzt beruhig dich. Ja, guten Tag, hier ist Büchner. Ich müsste dringend Herrn Professor Wollenberg sprechen. Auf einem Kongress? Kann ich ihn irgendwie erreichen? Na, nächste Woche ist mir zu spät. Ich bräuchte eine Auskunft über einen Patienten. Ich bin deine Kollegin. Klar geht das nur persönlich. Gut, vielen Dank. Wiederhören. Gut, vielen Dank. Das ist gut sein, Robert. Gut, vielen Dank. Gut, vielen Dank. Gut, vielen Dank. Heidi, mach auf! Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Alex ist nicht tot? Wir waren ja immer für ihn da. Doris, unser Junge ist tot. Du kannst keine Menschen antworten. Verstehst du? Verstehst du? Du bist in allem schuld. Du bist in allem schuld. Du hast uns alle betrogen. Du bist in allem schuld. Wer darfst du auf dem Anruf beantwortet? Du bist in allem schuld. Du bist in allem schuld. Du bist in allem schuld. Soll ich dich mitnehmen? Soll ich dich mitnehmen? Und dann habe ich mich mitnehmen? Na. Du bist in allem schuld. Du bist in allem schuld. Du bist in allem schuld. Ja. Du bist in allem schuld. Wo ist der Hund? Was hast du mit dem Hund gemacht? Na, vergraben. Ohne mir was zu sagen? Puh, trinkst du wieder? Wo hast du ihn vergraben? Im Garten oder wo? Oh, Mark, warum ist der Hund ausgerechnet an dem Tag, als der Mord passierte vor Unglück, sodass deine Mutter gar nicht mehr wegfahren wollte? Luisa, du fantasierst. Wir haben ausgemacht, ich vergrabe den Hund, sobald der Boden nicht mehr gefroren ist. Und als du weg warst, wurde es wärmer. Du hast es einfach noch nicht geschafft, dich umzubringen. Vielleicht hast du deine Taktik geändert, ja? Um aus dem Gefängnis frei zu sein für das Leben? Nein. Warum sollte ein Selbstmörder dann zum Mörder werden? Erwartet der Selbstmord. Wen würde er mitnehmen? Alle, die in Beziehung zu ihm stehen. Seine Eltern. Seine Freunde. Seine Geliebte auch. Luisa, das ist doch Quatsch. Wenn das so wäre, wie du sagst, dann würde ich zum Schluss wieder allein dastehen. Luisa. Luisa, bitte. Ist der mein Nachfolger? Für was haltet ihr mein Haus eigentlich? Ihr könnt doch nicht in da rein und raus, wie er will! Die Tür war offen. Es tut mir so leid mit deinem Jungen. Es tut mir so leid. Geh jetzt, bitte. Es ist zwischen dir und Marc. Er hat das Recht. Er könnte es gewesen sein. Das habe ich bei Alex gefunden. Bereine die Kamera mit dem Film bei Alex das Geld. Alex und Reine sind ganz normale Jungs. Sie sind scharf auf Drogen und so auf alles, was ihnen unter die Finger kommt. Aber sowas wie das neulich, das hat in ihrem Kopf keinen Platz. Von Rutter habe ich erfahren, dass Richard Stettner sich von seiner Frau trennen wollte. Hatte eine Freundin in Hamburg, die schwanger ist. Wenn Marc das erfahren hat, dann könnte er Angst haben, dass das neue Kind alles das bekommt, was er nie bekommen hat von seinem Vater. Das wäre ein Grund. Ein Grund für was? Sich umzubringen. Er hat es schon dreimal versucht und diesmal wieder schaffen. Der nimmt alle mit ihm nahestehend. Seine Eltern. Alex. Sag dem Kommissar Bescheid. Ich kann nicht, Luisa. Ich hatte bis nur noch Reini. Und wenn ich recht habe? Lebensmütter sind feig, aber gefährlich. Ich kann meinen Jungen nicht hängen lassen. Dann musst du auf ihn aufpassen. Und auf dich. Du gehst mir die Ball. Ich kann sìnen Schmerz. Ich bin mir sicher. Wo ist Renni? Weggefahren. Wohin? Ich weiß nicht. Was ist mit ihm? Bei Renni darf nichts passieren. Versprich mir das. Bitte, wenigstens das. Renni, wir müssen jetzt zusammenhalten. Was glaubst du, was dein Vater mit dir macht und er Bescheid weiß? Weißt du jetzt hier mit dem Unfall? Komm hier, nimm das Geld noch ab damit. Ich kann nicht. Du musst welchen hin unter den Alex? Ja. Irgendwohin, egal, aber weg von hier. Renni, du musst abhauen. Nein. Nein. Robert ist am Ende. Das könnte schon grausam sein, das Schicksal. Robert hätte damals auch gleich weggehen sollen. Hätte es nicht geschafft, das war ich ja. Doris hat das immer gewusst. Wolltest du das Haus deiner Eltern nicht auch verkaufen nach ihrem Tod? Aber die Insel lässt einen nicht los. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Das war's für heute. Ich hab Angst, Robert. Wie auch? Das war's für heute. Was hast du denn da? Lass mich hier raus. Ich will sterben. Ich bin der Vater von zwei Mördern. Ich halte das nicht aus. Robert. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Merkst du das nicht? Er hat alles geplant. Er hat uns fertig gemacht. Was ihm wieder als Nächsten umbringt. Dich. Hör auf, hör auf. Denkst du wirklich, meine Jungs haben es nur wegen dem Geld gebracht? Denkst du das wirklich? Diese Kinder sind verrückt. Verstehst du? Vielleicht hat das was mit der Insel zu tun? Es ist, als ob sie was Böses in sich haben. Wegen uns? Ich bin schuld. Du bist betrunken. Geh nach Hause, Robert. Sie hätten sie schützen müssen, unsere Kinder. Aber ich hab keine Kinder mehr. Du hast eine Tochter. Ich war schwanger, als du Doris geheiratet hast. Ich liebe dich. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Hallo? Ja, hier ist Kai. Wer ist denn da? Wie, mein Vater? Über meinen richtigen Vater? Zu meiner Mutter ist was passiert? Hallo? Sind Sie noch dran? Hallo? Sie wussten alles. Sie wussten, dass es Ihre Jungs waren. Irgendwo verstehe ich Sie, aber Sie hätten es uns sagen müssen. Tja, kann Sie nicht suspendieren, aber ich muss es weitergeben. Max Stettner steckt dahinter. Vermutlich hat er Ihnen Geld versprochen, damit Sie endlich wegkommen von hier. Die Fahndung ist bereits eingeleitet. Wenn er noch auf der Insel ist, dann finden wir ihn morgen bei Tag. Ich möchte allein sein. Geh bitte. Es tut mir so leid. Alles. Das waren doch unsere Kinder. Wir haben sie doch geliebt. Aber wir haben nicht zusammengehört. Wir hätten Erich sein Zeugen. Wir haben sie doch geliebt. Mark. Luch. Ich schlade dich dort! Luisa! Luisa! Mark. Hör auf damit. Vielleicht kann ich dir doch helfen. Du hast ja Angst, Luisa. Ich hab alles vorbereitet. Erinnerst du dich noch an Kai's kleines Versteck von früher? Da liegt alles. Da liegt alles. Ich hab' das. Ich hab' das. Hattest du das von Anfang an vor? Ging es dir darum, dass ich... Dass ich dich... Hilf mir. Oder ich töte dich. Ich kann dich nicht abnehmen, wozu du zur Feige bist. Ich kann dich nicht töten, Marc! Mama? Mama? Du Schweine. Du... Was ist... Das darfst du nicht tun, du... Marc, du hast sie doch mal geliebt. Warum? Warum tust du das alles? Sag mir einen einzigen Grund, warum! Ich weiß nicht, ob es einen Grund gibt. Ja. Ich habe sie alle geliebt. Alle. Meine Eltern. Alex. Raini. Dich. Luisa. Du weißt, dass ich das kann. Also bitte hilf mir. Ich kann das nicht. 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 Du weißt, dass ich das nicht... Ich kann das nicht. Der Gewicht. Ich kann das nicht. Aber ich kann das nicht. interwe structureille, mirsystem... Ausstatt. Musik Musik